Herzlich willkommen zu unserem Premierpark der Firma Edelstrahl-Rostenbach, Edelstrahl-Rostenbach aus Deutschland. Begrüßt den Kermit Mosebach für Eisleben und für den Essprogramm an der Jan Rüchter. Unser Jan hat sich leider an der Rippe verletzt, unser leider an der Rippe verletzte, muss aufgeben. 4 zu 0, Punkt-Sieger für den KFA Eisleben, Karin Mosebach. Aber Jan, bitte gräme dich nicht, wir brauchen dich noch in der Runde und wir wissen, was wir auf dich zählen können. Dankeschön!